Na dann, machen wir mal das hier. So. Hä? Quatsch. Ja. So. Wenn du keine Beeren geworden bist, ist das Essen. Ja, sieht aus wie sie diesen Weg gingen. Sie oder der Beere? Beide von ihnen. Ach so, geht schon weiter. Okay, ja gut dann. So. So. Great. So. Ich bin echt gespannt. Wir müssen mal schauen. Ah ja, warte. So. So. Hier runter. So. So. Hier geht es lang. Glaube ich. Ich sehe kaum was. Scheiße. Ich sehe nichts mehr. Da vorne. Okay. Äh. Ich probier mal ein kleines bisschen schneller hier. Ach so, wir steigen eher ab. Okay. Ja dann. So. 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 ähm ja hab ich vielleicht mal ähm ja Verdammt, das war's, oder? Ja, das war's. Komm her! Komm her! Jo, war ja einfach, ne? Sir Will, nimm dich selbst ein Mann? Na, das ist wie Abigail sagt. Das ist ein Wort für dich. Ich glaub, wir sollten hier jetzt ganz schnell weg, hab ich so ein Gefühl. Aber ich hab gehört, das ist hilfreich. Äh, jetzt kurz den hier. So. Oh. Ich will nochmal kurz zur Sicherheit. Ich will nochmal kurz zur Sicherheit. Look, I got great respect for you professionally, but if that's Marshall Thurwell there, uh, me and my partner would like to split the reward. For doing what? Get off the road! We was thinking you might need protection. I look like I need protection. Uh, me and my partner, we're dead selling splitting that reward. And if not, well, we said we was gonna have to take all of it. Ha! 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 You and your partner, are just children. Don't get yourself hurt now, son. I told you she wouldn't listen. Shoot! Idiot! Ah! Let's go! Shh. Heeeh. Those bastards were green. If we didn't get him, someone else would have. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier für mich selber was. Sorgen, warte. Ist hier irgendwas schöneres vielleicht? Nee. Nehmen wir das hier. So. Ja, wie man sieht, reicht's auch, ne? Ja. So, machen wir mal kurz das hier wieder weg. Wir brauchen ein bestimmtes Level of detachment. Du denkst nicht, wenn es richtig ist? Nein. Ich sehe nur ordens auf der Wand. Und ich versuche und füge sie. Und wenn es andere bastards gibt, nach den gleichen ordens wie ich bin, dann bin ich zufrieden. Es heißt, Industrie. Und, wenn du nicht vermerst, jeder ist da da, zu machen. Ich denke, sie sind. Du sagst früher, du wusste etwas über Micah. Du sagst mir was, was du wissen? Du wirst sicher, dass du über ihn willst? Es ist nicht all das zurück in deinem ranch genug. Wenn ich ihn finde, ich werde ihn behandeln. Aber Micah, das ist etwas, wir, ich, ich muss machen, mit oder ohne dich, Sadie. Du wißt du was? Okay. Okay. Ich weiß. Ich verstehe Dinge. Viele Dinge. Ich verstehe Dinge. Ich verstehe Dinge. Ich verstehe, aber ich denke, dass du ziemlich nah bist. Wenn du etwas reales hörst, bringst du es mit mir. Okay. Ich bringe es mit dir. Aber du denkst, ob das das, was du wirklich willst. Alles, was du kannst, und alles, was du kannst. Ich verstehe alles. Natürlich. Okay, dann. Okay. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. ob ich etwas über Micah höre. Du musst ihn in die Hand nehmen? Hat er? Nein. Ich bin gut. Du bist sicher? Ja. Ich werde dein Geld an die Banken geben, wenn ich bezahlt werde. Danke. Okay. Naja. War ja ganz okay. So. Warte mal. Ganz kurz hier. Das will ich mal kurz probieren. Okay. Was bringt das? Machen wir nochmal. Komm. Hier. So. Keine Ahnung, was das bringt. Ich habe es mir nicht viel durchgelesen, weil ich schlau bin. So. Was ist das denn hier? Warte mal. Okay. Was ist das? Ach stimmt. Könnten wir ja mal ganz kurz. Ähm. Kurz absch... Ach verdammt. Ich wollte noch. Na ja. Ist egal. Okay. Ähm. Ich hoffe mal wir müssen dafür nicht so... Nein. Wir sind schon da. Guck. So. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Du bist zurück. Willkommen. Mr. Schneider. So. So. Zack. Ach. Quatsch. Warte. Es geht auch viel einfacher. Ich verwechsel das immer wieder. Weil ich schlau bin. So. Hier. Wieso nicht? So. So. Hm. 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 Machen wir das hier mal. Hm. 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 Okay. Da haben wir das ja auch schon wieder. Guck. Hey. Bitte weg von dort. Hey. 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 Ja. Okay. Gehts. Hey. Jörg. Warte mal. Äh ... Hier. Haben wir noch alles, ne? Ja. Ja, okay. Na gut. Sehr nett. können. Meine Hüte. So, und einmal hier hoch. So. Ah, verdammt. Da kam ein bisschen ein Bäuerchen hoch. Es tut mir leid. Oh, das wird eng. Oh, Junge. So. So, aus der Stadt raus sind. Na, komm. Was soll's. So. Na, komm. Wir sind aus der Stadt schon längst raus, Kollege. Machen wir ein bisschen Dampf. So, hier doch. So, jetzt sind wir aus der Stadt raus. Geht doch. Okay. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt machen. Hä, was soll denn das jetzt? Ich frag am besten gar nicht. Ich glaube, das ist am einfachsten. So. So. Erstmal hat er ihn hier. So. Warte. Wenn wir das gerade schon mal die Chance haben, dann machen wir das auch gleich mal. So. Okay. So. Schlecht. Gut. Schade. Was bringt mir das, wenn ich das mitnehme? Wo ist denn das Pferd hin? Hä? Wo ist denn das Pferd hin? Hä? Was ist denn da falsch? Wo ist denn das hin? Alter, weißt du, du willst eine Sache machen und dann ist das Ding direkt weg. Geht das noch? Oder? Ja, wo ist denn das hin? Es kommen ran hier. Meine Güte, Nade. Mann, echt. Wie unnötig. So. So. So, warte. Wenn ich hier jetzt wieder zurück, dann sind wir hier richtig, warte. So. Okay, warte. Hier ist es. Wir nehmen das auch mal mit zur Sicherheit, ne? So, kann ich das hier auch noch verstauen? So. Wenn wir es schon mal mitnehmen können, dann machen wir es auch gleich mal, ne? So, einmal bitte hoch und dann geht es weiter. Dauert ein kleines bisschen länger, aber die Zeit nehme ich mir ruhig. So. Ein bisschen was gemacht, sagen wir es so. Bremsen. So. Okay. Okay. Öööö, hier. Was ist denn hier? Ach, das ist der Hund. Aha. Hm-hm. So? How are you getting on, son? Uh, fine, sir. What are you doing? Reading. And, uh, playing with the dog. You wanna go fishing or something? Not particularly. Ich mag nicht wirklich fischend. Ich mag es essen, aber nicht? Weil wir müssen einiges finden. Komm schon. Gehen wir nach dem Stream. Okay, Herr. Warum musst du so sein? Entschuldigung. Es ist okay. Du wünschst, dass ich mehr wie du war? Wie ich? Nein. Aber... Wir gehen weiter. Kann Rufus kommen? Die Fische fische. Aber... Wenn du ihn auch möchtest... Ich glaube. Also... Du wirst nicht, wenn wir nicht fischen? Ja, ich... Ich bin nicht sehr gut an das. At... Fischen? Oder walking? At... Talking. Mit dir. Ich bin nicht... Ich bin nicht... Du wirst nicht mehr... Du wirst nicht mehr... ... sondern die Beine... ...zulich... Ich würde den Fisch... ... und... ... es wird ziemlich Spaß. Ich versuche. Okay. Es wird gut sein, mit dir zu sein, ... obwohl ich... ... kann nicht sagen würde... ... die richtige Sache... ... von dir, Pop. Wir kommen. Na links... ... ... ... Ich geh mal kurz nach links. Achso, der Hund... Pfff... ... okay... ... ... ... ... ... Es gibt viel Schmerz in dieser Welt, aber es ist wirklich viel Schmerz. Ja. Du kannst es besser sehen, wenn du älter bist. Es ist schwer bei deinem Alter. Es ist einfach... Das ist ein richtig guter Fischungspot. Folk immer sagen, und Stunden später haben sie nichts verletzt. Nichts, dass du einfach die Autorität auf alles verletzt hast? Na, nicht so? Na, vielleicht. In diesem Fall, das ist wahr. Ich höre, dass es ein wirklich großartiges Fisch gibt. Großartige Stuhl-Hösen. Es ist schwer zu catch, aber wirklich gut zu essen. Es ist schwer zu catch. Du musst deine Erklärungen in früh früh. Das Böge von dir kennt ihr, dass er von einem Klang zu wissen? Komm schon, Junge. Entschuldigung. Nein, du bist nicht. Es ist alles gut. Komm schon, lass uns Fisch. Äh, wie ging das nochmal? So. 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 Oh. Ich glaube, er hat das gemacht. Das ist schön. Äh, äh. Ich habe einen Kuss. Ich habe einen Kuss. Alles klar. Jetzt bleib ruhig und starte ihn in. Nicht zu schnell. Ich will den Huck in fest. Er ist... Er ist stark. Gut. Jetzt riech ihn in. Starte ihn. Gib ihm einen Tug. Ähm. Ich mach das mal so. 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 Hey, habe ich doch. Kollege. So, warte mal. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich weiß nicht. Ich hab dir gesagt, dass du das mit dem Fisch warst. Ich hab dir gesagt, dass du das mit dem Fisch warst. Ich hab dir gesagt, dass du das mit dem Fisch warst. Mein Reise mit uns war... Ich erinnere mich jetzt. Ich habe ein paar Blätter und ein paar Männer kamen. Sie kamen, wie sie aus der Stadt waren. Ich hab keinen, du Idiot. Ich glaub... Ich weiß nicht. Ich hab keinen, du Idiot. Mensch. Äh, hier. Ich hab das lange nicht mehr gemacht. Ich hab keine Ahnung. Mach mal so. Ey. So. Ah. Mhm. So, okay. Warte. So, machen wir mal so. Vielleicht einfacher. Nee. So, warte mal. Ich lauf mal ganz schnell. Was ich grad nicht kann. So. Wat? Na, na. Na. Hm. Du kaltest auch. Komm her. Was werden wir tun? Was werden wir tun, Pa? Na, schau es, Dad. Nicht schau es. Ach was, wie kommst du darauf? Weiter geht's. Vielen Dank.